da muss ich hin naja dann ändern wir das hier noch mal egal doch so wird nachher anfangen aber ich muss erst was anders werden die ich machen was gelitten man merkt es dir an ja merkt man die nitty schmeckt man dir das an alter der sammelt nicht die walden ist so die kirche okay jetzt raste gleich wieder meinen backpack aus und das ist auch voll geil richtig geil hinbekommen centos richtig geil hinbekommen schuld sein nein ist immer wieder auf schuld das ging ein bisschen oder kommen noch so viele weil ich habe fast ein ganzes backpack weil ich die die farben ausgestellt habe wenn ich die farben es steht irgendwie echt an der sprach aktivierung pech berg gehabt berg stattdеб gelitten gelitten so wie du nein na weiß die man ja glaube genau wie die Walnüsse Walnüsse Weilo weilnüsse kann man da eigentlich irgendwas mitmachen ja seed oil nur das ne ja irgendwie nicht ich weiß ich hab gedacht die kann man irgendwie knacken und essen aber geht auch nicht und irgendwie walnusskuchen oder so machen ja wäre schön gewesen wenn irgendwie so etwas ist das ist so viele walnüsse macht schon ganz spaß ich habe bei dem zimmer dort läuft bei dir ich versuche da oben ran zu springen da ist noch da dann vielleicht mal wieder lichtern im flur jetzt auf der checker jetzt lässt er meine tür auf sogar freut dich doch richtig siehst du ach sei kinderlieb ich hab auch selber vor mir angst ich hoffe so unverschämt gut aussehe frag mich jeden morgen wer ist der geile typ im spiegel das hast du jetzt gesagt weil das habe jetzt ja genau fünf fast fünfe und halb tausend walnüsse ja jackpot ja wieso nicht so super nein war jetzt dass man das ganze glas dabei sind schon wieder jene stellen stoffe ich soll mir die gar nicht mehr rein und ich höre sie immer warum nicht warum warum nicht man kann nur diese leuchtblöcke daraus machen weiß ich nicht ja dieses skybeams glaube ich ne wo machst du es nicht keiner los hab genug in den kisten verteilt davon weißt du dass man beim biegen ja für den strahl schwarz machen kann was ja wusste ich gar nicht doch warte mal ich hab doch warte mal das machen wir jetzt mal ich will hoffen dass ich noch ein biegen habe ich will hoffen dass ich noch ein biegen habe warte mal bei johnny stand noch einer ne ich glaube ja war der nicht so über noch aktiv ich glaube ja ich schau mal auf scheiße wie komme ich jetzt nach johnny wie komme ich denn nach johnny da steht da irgendwo noch johnny's buch rum äh ist das das hier das buch steht da irgendwo noch ne das ist das end ist das linke ich weiß nicht mehr genau wo naja ich hab's jetzt warte der biegen steht hier noch oh äh der strahl ist rot welcher strahl von dem metroidending äh hat der biegen nicht sonst immer so ein strahl raus gefeffert ja wenn er es aktiv ist oder nicht aber der ist ja aktiv ja 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 warte mal kann sein dass wir die bottom controls nein nicht control äh options video settings pixel hab ich hier immer noch so eine frame einbrüche oder was ne normalerweise nicht normal aber ist das wasser ja ganz weg da liegt's aber was anderes irgendwas baut ihr doch hier ab hier damit da immer noch zuckerrohr ab ja hä ja warum das denn aber wie wie baut der ne das muss irgendein aktiviert haben hier ne eigentlich nicht mhm der muss doch aber der muss doch eigentlich tief werden hier wie ging das denn dass der biegen einen strahl raus gepfeffert hat ne die sind nicht mehr aktiv die sind ja abgeschaltet die dinge mhm aber die könnten wir mal bald abreißen hab ich gar nicht so ein ding mit oder doch hab ich mhm hier da ja dankeschön was denn mhm dankeschön was denn wir haben einen tag voller copystorm hat doch was ja das hab ich auch warte vorsichtig ich bin genauso voll ne nein falsche dinge ausgeworfen ich hab die bollen ok ich hab die bandwitch und die ruta mhm warte mal hier können wir hier können wir die cobblestone loswerden das ist schon mal gut das ist schon mal gut ein problem weniger das ist schon mal gut und es sind milliarden ex 2 da ey warum der strahl wird doch immer aktiv es würde mich jetzt gerne interessieren warum das nicht ist komisch mhm warte mal kann man den oh immer noch mehr komisch kann man den umeinander ne man kann den nur ausschalten ich glaub das sollte ich jetzt nicht machen normalerweise setzt du einfach auf dem ding einen block und dann brauchst du ihn ja schon ich arbeite hier ja auch nicht mehr boah du schuldskelett fick dich ne ging leider nicht mhm warum auch immer keine ahnung weil normalerweise brauchst du einen block draus sitzen und den kurzzeit immer abschieben oder machst du mit dem piston das so eine clock boss dann ist ja schwarz da da dusch da da dusch da da dusch tot zombie äh was ist da hinten rot was ist denn denn sch- achso so ein scheiß tausendfüßler so ein messfabrikator hier läuft die ganze zeit ne ja gut der läuft sowieso weil why not hast du grad die syriameter ausgenommen ja ok ja wir nehmen alles mit hier es ist für die beiden panels eingesammelt du hasch ja und nein 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 da bist du einfach mal du geaschgeige wieso jetzt hab ich drei ich war schon dabei eins zu sagen wenn du nicht hab keinen bekommen ha 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 hast du vier stück haben ne obwohl das sind da sind einmal hybrid und einmal ultimate ja so diese sache schon mal geklärt jetzt ist schon mal kein strom hier das ist schon mal supi na ich habe ja viel schon hier weg gemacht ja mhm keller ist ja komplett fast leer da läuft ja nix mehr das ne na gut warte mal den kann ich auch rausnehmen hier mach ich nur so fertig mach ich nur so fertig weil jetzt hab ich irgendwo so komisches Ding eingesammelt hier shit emerald chart oh man ich wollte eigentlich das alter baut doch nicht alles ab hier ich sammle das alles ein ja dann hau doch ab oder mach dein Magnet da was kack hier hier frisst das lalalala hihihi haaa hihihi eh hihihi hihihi Horitma wir es es ganz wichtig ist wo es es wo es es ist heute immer noch so ne wow hey du ne schaffsiemens zu we�니다 weil er kann das ja nicht spہ ohne umwandler gelaufen und die ganze mir in die world chest reinschmeißen dann habe ich ja auch die müssen unbedingt abstand hier überhaupt gescheiteter die tickern immer noch komischerweise der macht es nicht mehr so wir haben alles auseinander hier wie kann man das denn ab und hier vorne ok es reicht was denn so das war cheap und reingemacht scheiße wollte nicht abgebaut werden ja gleich wegschmeißen hier infiniti power card dies ist der karte und kreativ only na ja so haben wir es damals herausgefunden zu schnell ging scheiße ich habe es eigentlich ich weiß ja nicht meine richtung auf war ich doch gar nicht alter ist für die ganze zeit und ende einfach nicht mehr so vertragen kann das geschlagen der hat doch noch ein brain of jahre oder hab ich eingesammelt was ich aber nicht im käfig wasser immer ins loch wo die mili sind